Betrug durch türkische Migranten, um an deutsche Steuergelder zu kommen. Über 45 Jahre fördert die Bundesregierung die freiwillige Rückkehr von Migranten in ihre Heimatländer. Doch anscheinend nutzen immer wieder türkische Staatsbürger dieses System aus, um an deutsche, also unsere Steuergelder zu gelangen. Die Bundesregierung versucht laut eigenen Angaben seit mehr als 45 Jahren mit Hilfe von Anreizen, wie zum Beispiel 4.500 Euro pro Familie plus weiteren sozialen Leistungen, Migranten dazu zu bringen, freiwillig in ihr Heimatland zurückzukehren. Auf der Webseite heißt es, man unterstützt Menschen bei der freiwilligen Rückkehr in ihr Herkunftsland und begleitet sie bei einem Neubeginn vor Ort. Doch die Idee, Migranten eine Perspektive in ihrer Heimat zu bieten, scheint durch Missbrauchsfälle untergraben zu werden. Ach guck an. Besonders Staatseingehörige aus der Türkei scheinen das deutsche Asylsystem zu manipulieren. Sie reisen nach Deutschland ein, informieren sich dann schnell über die Rückkehrhilfen und lassen sich dann nur Tage nach ihrer Ankunft beraten. Oft ohne eine formelle Asylbewerbung eingereicht zu haben. Wie geht sowas? Ihre Kenntnisse über die vorhandenen Hilfsprogramme und das zielstrebige Einfordern dieser Leistung lassen auf eine systematische Ausnutzung schließen. Wer nutzt uns nicht aus? Die wirtschaftlich angespannte Lage in der Türkei, durch die hohe Inflation natürlich, scheint aber eine Rolle zu spielen. Immer mehr türkische Staatsbürger beantragen Asyl in Deutschland. Wie geht das? In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 haben bereits 9.689 Menschen aus der Türkei einen Erstantrag gestellt, womit das Land auf Platz 3 der Zuwanderungsstatistik steht. Wen wundert's? Kritik kommt dabei auch von der Opposition. Man spricht dort von einer kriminellen Plünderung von Steuermitteln. Super. Und fordert entschiedenes Handel von der BAMF. So, aber wie so oft wird da ja auch wieder nichts passieren. Und unsere Steuergelder gehen wieder ins Ausland. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und vergesst nicht mal ein Like oder einen Kommentar oder so. Bis dann, macht's gut, ciao.